Guten Tag Leute, hier spricht euer Peter Genzum. Wart nur, mach mal wenig passiert's nicht. Ehh, du musst billes Timing passen, was ist das Problem? Müssen wir halt gucken, wie wir das jetzt machen mit dem Neuen. Du müsstest Timing halt passen, das ist überlegen, wie ich krieg... Wie kriegen... da muss doch... Das ist überlegen, wie kriegen wir das Ding kaputt, Leute. Oh man... Bisschen Blut. So... Müssen wir erstmal den Bettler rüber läuten müssen. Hallo, Wind kommt doch mal jetzt endlich mal. Ah, der Wind kommt einfach zu schreit. Ah, jetzt geh... So, jetzt hör mal den Wind. Kann man denn den Wind gleich fliegen? Okay, man müsste... Man müsste ihn echt in die Drehung bringen. Das ist das Problem, was wir haben. Warum hält man dann... Warum hält man so in die... Ah... Ok, da sind jetzt noch nie... ...und jetzt noch nicht. warum helfer so kann man doch drüberspringen weil der punkt passt doch aber warum kommen blöde warum kommen wir drüber und geht doch so jetzt ich könnte mal an finde ich niemals hinkriegen ja man heute ist wieder so ein tag wo einfach alle nicht funktioniert wieder nach wo es mal wieder nicht funktioniert heute ist wieder so ein tag wo es nicht funktioniert ja Funktioniert doch, ja. Dann müssen wir es halt zu machen. Dann müssen wir halt den Wind zu machen, dann müsste es ja funktionieren. Oh! Also, die Städte ist echt heftig. Ich muss die Blockierung der Läden lösen, fast geschafft. Okay, darüber müssen wir jetzt, oh Gott, gut, ey. Es ist echt dunkel hier. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Oh. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Ja, klar, wir brauchen mehr Kraft. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Oh, Mann! Genau. Der Wind ist zu stark für mich. Der Wind ist zu stark für mich. Der Wind ist zu stark für mich. Ich brauche mehr Kraft. Warte mal, wir müssen das weg und ausmachen. Warte mal, wir müssen das vielleicht still machen. Vielleicht klappt es. Wenn das dann auf dem Ding ist, dann müsste... Nein, Mann, schon wieder nicht, Mann. Boah, Alter, ist das nervig gerade. Ich habe das. Der Wind ist zu stark für mich. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Da. Ich brauche mehr Kraft. Okay, ich könnte mal ahnen, was wir machen müssen. Nicht ganz aufmachen vielleicht. Alter, ich krieg die Krise. Manchmal funktioniert es, manchmal einfach überatmen. Das heißt, wir müssen im richtigen Moment das Ding zurückpringen und dann funken. Okay. 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 Devin? Ist zu stark für mich Ich brauche mehr Kraft Okay wer braucht Okay So funktioniert es Okay Erstmal rüber Kommt irgendwie Dass man irgendwie rüberkommt Der Wind ist zu stark für mich So erstmal Wenn wir es zu machen dann Okay Okay Ich muss die Blockierung festgeschafft Ich muss die Blockierung der Läden lösen Okay Okay das heißt Wir müssen da rüber Und alles von da drüben hinkriegen Leute Dann Okay Okay wir müssen den Wind Und dann müssen Wir müssen den Wind Wir müssen den Wind Irgendwie rüberkriegen Oder machen wir ein bisschen weniger Wind Ein bisschen Was ist das? Okay, wir müssen ihn irgendwie rüberkriegen. Aber wie wollen wir ihn rüberkriegen? Das ist die große Frage. Wie wollen wir ihn rüberkriegen mit dem Wind, Leute? So haben wir jetzt genügend Wind. So haben wir genügend Wind. Okay, so haben wir genügend Wind. Okay, so haben wir genügend Wind. Der Wind ist zu stark für mich. Ja, wir müssen das Ding... Wir müssen das Ding... Wir müssen das Ding... Und jetzt werden die Wind. Was ist das? Wie kriegen wir das? Ja, wir wissen es. Wie kriegen wir das? Okay, vielleicht müssen wir mal versuchen, wenn der drüben Wind weniger wird. Ich brauche mehr Kraft. Wir brauchen mehr Kraft. Warten wir mal, versuchen wir, vielleicht können wir es so überspringen schon. Ich denke nicht, dass es funktioniert, Leute, aber wir versuchen es mal. Es werden... Ich denke nicht, dass wir so rüberkommen, wir müssen das Rad schon so lösen, denke ich. Ja, genau. Wir müssen das Rätsel lösen können, aber... Wir müssen das Ding mal rüberkriegen, aber wie kriegen... Nein, das Problem ist, mit dem Ding können wir es auch nicht hinkriegen. Das ist das Problem... Wir müssen das Ding mal rüberkriegen machen, geht das überhaupt nicht. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Wir sind unsere Blockierung der Läden Lösen. Wann machen wir es dann... Wir müssen das Ding mal rüberkriegen machen. Wir müssen das Ding mal rüberkriegen machen. Und das ist das Ding. Und das ist das Ding. Und jetzt habe ich etwas gemacht. Und jetzt ist unser ganzes Ding mal rüberkriegen. Und jetzt habe ich euch immer noch die douche Zeit. Vielen Dank.